Der kommt. Leute, erst da, los geht's, kommt schon. Überraschung! Ja, hey! Wohin ist das? Wofür ist das? Das ist für Rob, sag ihm was, bevor er wegfährt. Rob ist der Wahnsinn, ich werd ihn vermissen. Rob, viel Spaß in Japan. Du schuldest mir elf Dollar. Wie willst du nur ohne Rob klarkommen? Er ist sowas wie dein bester Kumpel. Ja, ich weiß. Hey, wie soll ich ohne dich klarkommen? Das weiß ich, ich bin dein bester Kumpel. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das ein Tier? Hab's auch gehört. Entspannt euch, das ist alles. Immer mehr Anrufe gehen in der Redaktion von New York One ein. Dabei ein gewaltiges Dröhnen des Donnerfonds... Willst du das vom Dach aus filmen? Was für ein Tier ist denn so groß? Das ist echt krass. Ehrlich gewackelt, Mann. Wie ein Wäden. Hättest du die Stadt wohl früher verlassen sollen, ne? Das war ein Tier. Geht erlich. Was ist denn das für ein Tier? Was ist denn das für ihr seventeen? Habt ihr mal keines gesehen? Das wird der beste Abend aller Zeiten.